Herzlich Willkommen zu meinem Phantasialand Neuerungen im 2021-Video. Tatsächlich war ich sogar noch zuletzt in dem Freizeitpark, wo ein Steinbudda über die Menschen wacht. Und ja, was hat sich verändert? Natürlich unter anderem auch die Corona-Schlange, aber auch mächtige Sachen. Wie zum Beispiel, es gibt jetzt eine Warteanzeige in Mexiko und zwar direkt neben dem Lift von Colorado. Ihr seht das jetzt hier eingeblendet. Ist ein fettes Ding. Coole Säule mit, ich glaube, zwei oder drei Bildschirmen. Ja, wir sehen hier jetzt sogar drei Bildschirme. Und ja, ist ein cooles Ding. Genau so gut wie in Berlin. Da wurden die Anzeigen auch überarbeitet mit einem neuen Overlay. Und hier haben wir auch nochmal alle Designs eingeblendet. Auch mit dem Hintergrund ganz cool. Auch hier nochmal von Rookburg. Das Bild ist ein bisschen schlecht. Aber ja. Wo es aber noch nicht neu ist, ist leider in China. Ich hoffe, da überarbeiten sie die Bildschirme auch. Auch Fantasy gibt es ja leider nicht mehr. Ich weiß nicht, wie lange das schon so ist. Aber ja. In Rookburg gibt es neue Kisten, neue Dekorationen. Wie zum Beispiel in der Flywarteschlange gibt es zwei Kuglöcher. Da siehst du einmal diese Szene mit einem Rookburg-Modell. Und auch nochmal diese Szene von der anderen Seite. Ja, Heinos Café wird umgebaut. 2021 im Sommer, obwohl ja eigentlich schon Sommer ist, soll da das Hotel, äh, Hotel. Das Café, das, okay, ich bin komplett raus, ähm, das Café, Törtchen und Co. reinkommen. Bisher sieht es schon mal ganz schön aus. Hat einen schönen neuen Anstrich bekommen. Das Klo ist leider zu. Aber naja, was soll man machen? Ja, ihr seht jetzt hier nochmal einen kleinen Ausblick. Ähm, bisher sind ja jetzt im Moment alle Stars aus dem Park entfernt worden. So, dann haben wir da, wo der Rookburg-Kasten stand, haben wir jetzt ein Blumenbeet. Ich dachte schon, man kann da nicht mehr hoch, weil, man kann das jetzt gleich in dem Video sehen, die Treppe ist voller Blumen. Aber, äh, der, der andere, äh, Aufgang, dort kann man noch hoch. Warum da jetzt Blumen sind, ich weiß nicht, warum man da keine Bänke oder so hingemacht hat, wenigstens. Ich weiß nicht, da sind jetzt Blumen. Und, äh, ich hab's ganz vergessen. Ich war ganz schockiert, als ich da war und diese Blumen gesehen hab. Ich dachte schon, ich kann da nicht mehr hoch. Aber man kann da hoch. Es gibt ja eine neue Show, Nobis. Die ist wirklich sehr toll. Also, fand ich toll. Und, ja, da gibt's auch nicht mehr zu sagen. Ja, äh, man kann irgendwie durch eine seltsame Warteschlange von Maus zu Chocolat... Warum auch immer, kann vielleicht sein, dass, weil das jetzt, äh, weil Maus zu Chocolat vielleicht ein bisschen voller ist, ist wahrscheinlich eine alte Warteschlange von 2012 oder 2011, die sie jetzt einfach nicht mehr genutzt haben. Aber, äh, fand ich auf jeden Fall ganz cool. Ja, wir haben auch noch ein wenig mehr. Ja, also, 2021 ballern sie richtig rein. Ähm, ja, das Hotel Matamba hat einen neuen Anstrich bekommen. Ich finde es wirklich unglaublich, was man aus so einem, äh, Hotel noch rausholen kann. Weil ich fand immer, naja, ist da immer ein bisschen, ein bisschen naja aus. Und wie man es hier nochmal auf den Bildern sieht, Vergleichsbilder, ist es schon ein großer Unterschied. Nun ja, jetzt kommen Sachen, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob die neu sind. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr das wisst. Dieses Schild zum Beispiel habe ich mir mal genauer angeguckt. Das könnte neu sein. Äh, diese, bei diesen Ketten aus dem Wartebereich bin ich mir auch nicht sicher. Ich glaube sogar, die waren schon vorher da. Aber, ich bin mir auch nicht sicher. Also, smash den Like-Button, falls euch das Video gefallen hat. Und lasst ein Abo da. Nein, ohne Scherz. Habt einen schönen Tag. Macht euch einen schönen Tag. Ciao. Leute.